Annamie Darse leidet seit ihrem schweren Autounfall an einer sogenannten anterokraten Amnesie. Sie weiß, wer sie ist und sie kennt ihre Familie und erkennt alle wieder, die ihr vorher begegnet sind. Aber seit dem Unfall werden alle neuen Informationen gelöscht. Mie beschreibt es als eine Art Sandsturm, der ab und zu alles wegweht. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Sie haben dich irgendwo im Wald gefunden. Inspektor Wolkers, ich ermittle in dem Fall von Thomas de Geis. Jetzt wird meine Frau auch noch plötzlich verdächtigt? Ihre Frau scheint in dieser Sache unser einziger Anhaltspunkt zu sein. Erinnern Sie sich an diese Person? Ich will erst mal etwas klarer sehen, bevor ich mit anderen darüber spreche. Scheiße. Mit diesem Haus stimmt was nicht. Du weißt, wovor dich die Ärzte gewarnt haben. Wenn du dich nicht mehr erinnerst, stopf deine Fantasie die Gedächtnisstelle. Da ist es wieder. Omi? Schau mal auf, damit. Das ist alles nicht normal. Könntest du dich vielleicht einmal ganz normal benehmen? Ist das zu viel Wallet? Mama, warum bist du so komisch? KP genetra. W OHKICHT Was Hanf-Nex ist mit ho Jaros- riskiert? Was?